Book 2 19 In der Küche Hast du eine neue Küche? Was willst du heute kochen? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Soll ich die Kartoffeln schälen? Soll ich den Salat waschen? Wo sind die Gläser? Wo ist das Geschirr? Wo ist das Besteck? Wo ist das Besteck? Hast du einen Dosenöffner? Hast du einen Flaschenöffner? Hast du einen Korkenzieher? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Hier sind die Gläser, die Teller und die Flaschen.